OOOOHHHHHHHHHHHHH Ok, wer begrüßt von EU West? LOL Poppy geht's Ehm, wir sagen der Wirwolln Top Oh, schau meine Wege ist los LOL Wie ich renne, so wie ein Opa, dafür kann ich immer weg Ich dachte, es ist eine Webseite damit By the way, er ist wieder dabei Moin Eigentlich, fast wie in jeder Folge, außer einer Blut Oh fuck, too much spade Deine old ist geil Wie lange hat deine old cooldown? Wie lange hat deine old cooldown? Mein old ist jetzt ein 26 War ein bisschen brainer Was soll ich nachher rausgehen? Deine E Das gibt dir Achtung, ist sehr low Ein Kuh von hier ist tot Ich geh weg Ja Schaffst du? Ja Yo So Schau mal meine E, Kuh da Ja Nicht schlecht Ja 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 und zwei Kis bekommen Schöner Kis Sehr gut Nimm Hast du Auch noch, auch noch Weiter, weiter Deine E Das zerstört die Rüstung von denen Nein Ich find's so dumm, was mach ich Egal Seine Wege gibt ihm Rüstung Ich find's so dumm Egal, ich hätte auch weiter gedreift Ah fuck Yolo, passiert Hast du Wort? Tauer, ist besser Ja Bei Level 60 gehen wir eigentlich auch Warte Fuck Nimm, nimm Doppel Ich kann nicht Jetzt Fünf heal Pots Eingesetzt Geh raus 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 Ok wir sollten nicht so Freely spielen Ich hoffe ich auch Ok jetzt einfach Def Dann haben wir gewonnen Hani Geh raus Geh raus Raus! Raus! WTF Diffen wir nie mehr 3 oder 4 Wir haben uns jetzt, wir haben denen jetzt 5 Kills geschenkt damit 5 Kills Nein, nein, du schaffst Geh weg, geh weg, geh weg Alter, wieso meine W? Weiter, weiter, weiter Meine W war so lange dort, ich wollte die ganze Zeit auf meinen W zurückspringen Aber ich, die war aus der Weichheit Bist du nicht zurückgedrungen? So bad play So bad play Geh weg Geh weg Hör weg Hör weg Schöne Ruhe, Schöne Ruhe gemacht Wir haben schon den ersten Drage Ja, ich steh mal Ich hab auch noch ein paar Worte, ich hab auch noch ein paar Worte. Scheiße, wir sind auf Streife Ich hab Blade of the Runes Ich komm von hinten und von hinten Ok Wo ist sie? Ja Warte, warte Die haben kein Ult Ok, Riven Alter Ja Wtf Die waren nicht so schnell Für Ult Der Ult In sein Ult hat er Ult Aber Ult Die haben wir nicht probiert Hast du noch nie probiert? Nein Steeple Ja Ja Okay Was ist da? Was ist da? Was ist da? Wir haben ein Boot Wir haben ein Boot Okay, push Wir haben ein Boot Was ist das? Quass ist das? Wir haben ein Boot Ich hoffe, ihr geht ab. Ich hoffe, ihr geht ab. Ich hoffe, ihr geht ab. Komm. Hallo. Warte auf mich. Ist er tot? Boah. Nice. Geh mal mit. So, so. Ich bin drauf Ich bin drauf Oho, mein F*** Ich bin drauf Mein Passieren Da steht 1 zu grün, weißt ja Übersbrocken Eigentlich Ah, ich halte Min Tau, tau, tau Ich habe Karma geholt F***, aber zwei Lol Ich hoffe, ich habe zwei nicht gesehen Oh, gut Oh, gut Oh Oh Hift's Geht's allein Ich tank den Tauer noch Ich muss den gar nicht tanken Au, play auf der Yield Alter Hätte ich meinen Blade noch eingesetzt, die wäre tot Ich habe die fast so krass outplayed Mein Shirt war so hoch Ich mache die Kiste Ich werde die Kiste abnehmen Ich schaufe das Ich nehme den Stress Ich mache das Das Ich mache das Ich kiste Ich mache das Ich mache das tp ist du? ach seh das war pop oh oh one shot oh oh ist sehr stark da bist du ein gefühl geh weg geh weg geh weg schaff dir den tower schaff dir den tower schaff dir den tower all schaff irgen muach sinale Hier kommt Hier kommt Mach einfach teilen Ich hab's gewusst Schon fertig wir haben gewonnen OOOH Egal, ein CP reicht Ich komme Sogar die Minions können es machen Achso Haha GZ Echt? Hm? Ok Wenn euch das Video gefallen Gebt doch einen Daumen hoch Bis zum nächsten Mal Leute Ciao